Hallo, moin moin und herzlich willkommen ihr Lieben, ich bin Andreas von schon cool und ich begrüße euch zu einem weiteren Video und ich beeile mich, weil die Informationen jetzt schon für jede weitere Minutenstunde relevant sind für eure Umsätze und vor allem die Profite und das ist jetzt vielleicht auch erstmal mein letztes Video von meiner zweigen Augenoperation, zweite Katarakt-OP am rechten Auge, dann bekomme ich dort auch eine künstliche Linse, dann habe ich keinen Autofokus mehr in der Linse, ja das sind so sozusagen fest eingestellte Weiten auf die Schärfe, allerdings ich kann dann wieder klar sehen, Farben sehen, Kontraste sehen, es ist nicht mal alles verschwommen und wischi waschi oder mit diesem gelben, orangenen Schleier, der am Ende bei meinem linken Auge nachher nur noch 10% Sehkraft bedeutet hatte vor der ersten Operation und meine rechte Linse stürzt gerade runter auf 60% Sehkraft, deswegen zwar der Eingriff und bin nicht damit durch, in diesem Sinne auch wiedersehen, passt dann wieder an der Stelle, aber ganz kurz habe ich jetzt nochmal ein Thema für euch zum Wochenende und zwar, und das passt jetzt so wunderbar, lade ich euch wieder herzlich ein in unsere schon coole Discord World of Warcraft Community mit den Schwerpunkten Farmen, Gold erwirtschaften, Gold verdienen, WoW als Wirtschaftssimulation und auch World of Warcraft Multiboxing, wir sind was diese Themen angeht aggregiert, die größte deutschsprachige World of Warcraft Community mit diesen Schwerpunkten, seid dabei, ich laute euch herzlich ein, denn Information ist alles, das wisst ihr, das war von Anfang an mein Anliegen, dort den Schwerpunkt zu setzen, dass uns vernetzte Informationen austauschen und das führt dann zu Impulsen und Ideen, zum Beispiel für dieses Video, und an dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich bei Carsten, alias MyPerfection, aus unserem Discord, einer unserer aktivsten User, der hatte im Laufe des Samstagvormittags mal kurz darauf hingewiesen, Leute, A Waste of Time Secret wurde gefunden, und er hat an dieser Stelle mal kurz kopiert, welche Gegenstände man jetzt verkaufen könnte, um dadurch richtig Profit zu machen, und ich habe mir gedacht, anstatt das jetzt nur anzupinnen, dann geht die Information verloren, ich mache jetzt nochmal ein Video dazu, um das ein bisschen mehr zu broadcasten, und jetzt zu sagen, diejenigen unter euch, die jetzt die Zeit haben, Möglichkeiten, sofort aktiv werden, und in welcher Form ihr aktiv werden sollt, und warum das großartige Profitchancen sind, dazu kommen wir jetzt gleich im Einzelnen. Grundlage des Ganzen ist das Geheimnis Waste of Time, was da rausgehoben wurde, das ist eine sehr komplexe, lange Quest-Reihe, wenn man so möchte, eine Aktivitäts-Reihe, die geht schon mal los mit diesem Bal, diesem kleinen, dieser dämonischen Ziege, die man sich aneignen muss, und dann geht das mit versteckten Objekten richtig weiter, also ihr müsst wirklich durch die Welt reisen, ja, da war Blizzard wieder sehr kreativ, da kann man eine ganze Menge machen, muss man eine ganze Menge machen, um am Ende diesen Gürtel hier zu bekommen, sieht der nicht spacig aus, so. Um diesen Gürtel aber zu bekommen, müsst ihr, deswegen nochmal der Sprung zurück, diese ganzen Geschichten hier machen, so. Und wenn ihr das dann aber durch habt, wenn ihr das dann aber durch habt, ja, dann geht hier ganz zum Schluss, upon looting the chest, you will be rewarded with a waste of time, so. Und da gibt es aber einen sehr interessanten Zwischenschritt. Der sieht nämlich so aus. Man muss irgendwann zwischendurch vier bestimmte Gegenstände anziehen. Die schneidet man sich entweder selber, oder zieht die sich aus dem Auktionshaus, und da ist die schon cool World of Warcraft Community genau richtig, das ist unser Job, das ist unser Fundament. Wir wollen natürlich diese Möglichkeiten nutzen und Profite machen an dieser Stelle. So, wie funktioniert das Ganze auch so? Hier haben wir nochmal dieses Waste of Time. Wir brauchen derer vier Gegenstände. Das sind einmal die Windwollkapuze, das sind die Todesseidenschultern, das ist die Netherstofftunika, und das sind die frostgewirkten Gamaschen an dieser Stelle, so. So, das heißt, wir gucken mal ganz kurz, die Windwollkapuze. Dazu braucht ihr fünfmal Windwollstoffballen, und für fünf Windwollstoffballen, da springe ich jetzt einmal direkt weiter, benötigt ihr entsprechend fünf Windwollstoff, also 25 Windwollstoff. Das heißt, sofort in den Windwollstoffmarkt rein, und Windwollstoffballen, je nachdem, was euer Auktionshaus hergibt. Wenn ihr das Kapital habt, komplett einfach mal resetten. Die Leute spielen jetzt gerade Battle for Aetheros, ja, die sind in Kultiras unterwegs und in Zandala. Wer farmt denn jetzt Windwollstoff, mal ganz im Ernst? Wenn ihr das Kapital habt, rauskaufen. Resettet den Markt sofort. Das gilt aber nicht nur dafür, denn die Todesseidenschultern, und das ist jetzt wieder sehr interessant, die benötigen drei Glutseidenballen. Und was braucht man für drei Glutseidenballen? Natürlich den Glutseidenstoff, nämlich fünf Stück. Das heißt, wir sind auch schon mal bei 15 Glutseidenstoffen. Glutseidenstoff und Ballen, Leute, rauskaufen, greift ein in den Markt. Wer farmt jetzt hier noch Glutseide, mal ganz im Ernst, ja? In der Cutterwelt bewegt sich doch auch keiner mehr. Die Netherstoff-Tunica hat jetzt Folgendes, ihr müsst ja einfach nach Shatrad gehen, dort zu dem Spezialhändler. Das heißt, ihr könnt hier bei EIN das kaufen. Es gibt noch ein paar andere Händler, aber ich habe das in Shatrad gekauft. Für ein Lächeln, nee, 4 Gold, 58, glaube ich. Also ein Witz an der Stelle. Deckt euch ein mit ein paar der Rezepten, denn wenn die Leute das dort kaufen, geben sie bei euch ja vielleicht ein bisschen mehr Gold aus, weil sie keinen Bock haben, erst mal loszuziehen. Ich habe mich auch direkt mit ein paar Rezepten eingedeckt. Und für die Netherstoff-Tunica benötigt man, und davon wird das Auktionshaus vielleicht voller sein, vielleicht nicht unbedingt Netherstoff-Ballen. Dere acht Stück braucht ihr. Und für einen Netherstoff-Ballen, ihr Lieben, braucht ihr fünf Netherstoff. Dann sind wir schon bei 40 Netherstoff. Üblicherweise ist Netherstoff noch sehr zugespammt im Auktionshaus. Weil es einfach so ein super Quest-Durchgangsgebiet war. Aber Leute, wir haben neuen Content. Battle for Etheroth. Azeroth. Battle for Etheroth. Ich mache das jetzt aus Prinzip und absichtlich. Also Battle for Etheroth. Das wir jetzt alle gemeinsam spielen, heißt auch wieder Netherstoff. Netherstoff, was war das noch? Ja, natürlich die Burning Crusade. Wer eiert jetzt noch durch die Scherbenwelt? Ganz im Ernst. Eingreifend in den Markt. Rauskaufen, wenn ihr das Kapital habt, die Möglichkeiten habt. Netherstoff-Ballen produzieren. Rauskaufen. Nutzt das. Ich hoffe, ihr habt ein Schneider parat. Ganz wichtig an der Stelle. Und dann sind wir aber auch direkt nochmal in der Nordend. Ja, Wrath of the Licht Kings. Nordend unterwegs. Nämlich für die frostgewirkten Gamaschen. Diese Sachen, wenn nicht durch dieses Rezept, wie hier an dieser Stelle, lernt ihr durch die jeweiligen Händler aus der Expansion als Schneider. Also ich hoffe, ihr habt Schneider in den letzten Jahren auch schon durchgelevelt. Sonst wird das jetzt ein bisschen schwierig. Und mit der Versorgung, die frostgewirkten Gamaschen, brauchen 5 Froststoffballen, ihr Lieben. Und für einen Froststoffballen brauchen wir 5 Froststoff entsprechend. Dann sind wir schon bei 25 Froststoff für eine dieser Hosen. Also auch dort wieder rein in den Froststoffmarkt, ihr Lieben. Rein in den Froststoffballenmarkt. Greift ein in den Markt an dieser Stelle. Nutzt dieses Wissen. Nutzt die Gelegenheit. Und versucht den Markt ein bisschen zu kontrollieren, wenn sich das rumspricht. Denn das Ding sieht schon cool aus. Kann man nur sagen, oder? Das ist schon cool. Ein schon cooles Item in diesem Sinne, Carsten. Ganz großes Tennis. Fantastisch. Vielen Dank. Greife ich hiermit auf diesen Impuls. Stelle das uns, der Community, der Gemeinschaft zur Verfügung. Schaut euch das an, wenn ihr dazu Bock habt. Und wer sagt, ja, auf MAMS-Server ist irgendwie gar nichts los. Ihr wisst, ich spiele jetzt auf einem Tod-Pop-Server. Nicht mehr auf Argent Dawn alias Argent Broken alias Argent Token, der einen mit Gold ertränkt. In Gold ertränkt. Aber selbst da habe ich eben zumindest 3 Gegenstände verkauft für jeweils 10.000 Gold. Immerhin, ja, das ist für die Verhältnisse da. Bei Argent Dawn hätte ich gezuckt. Hörte ich so mitgenommen. Vierstellige Summe fiel gar nicht mehr auf. Jetzt allerdings ist das für mich auf dem neuen Server mit dem Aufbau meiner Infrastruktur, in meinem Portfolio, was ich da jetzt gerade teste und aufbaue und mache. Dazu kommen wir in einem anderen Video dann. Ein wahnsinniger Umsatz an dieser Stelle. In diesem Sinne, Carsten, Provision kriegst du jetzt aber leider nicht. Das tut mir leid, aber du kriegst die Credits für diese Idee. Und die zieht sich durch die World of Warcraft Communities. Geht davon aus, das spricht sich ganz schnell rum. Bei uns ist es bekannt, bei den Englischsprachigen ist es bekannt. Das heißt, das wird sofort Auswirkungen auf den Markt haben. In diesem Sinne, Leute, kommt zu uns in die schon coole World of Warcraft schon cool Discord Community und tauscht euch da gerne mit uns aus. Gebt uns gerne Feedback und erzählt uns bitte, wie weit ihr in den Markt eingreifen konntet. War schon alles resettet oder wart ihr schneller? Konntet ihr was verkaufen? Konntet ihr das bekämpfen? Einer fing übrigens an, gerade die Kapuzen bei mir für 250 Gold zu dampen. Man hat mich natürlich sofort rausgekauft, alleine schon, weil ich halt hier gesehen habe, man kann den Kram ja verkaufen. Schauen wir mal, ne? Ein bisschen Mut zum Risiko, aber die Information sollt ihr haben. Jetzt vielleicht eine kurzfristige Geschichte für Profite, ja, haben wir in diesem Sinne. Vielen Dank, ja, stellvertretend hier nochmal an Carsten, Alice My Perfection. Und ich würde sagen, melkt den Markt, schon cool, wenn ihr damit richtig Gold verdienen könnt. Gebt uns Feedback. Bis dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ein tolles Wochenende wünsche ich euch. Tschüss.